Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. Heute geht es um Operatoren und zwar um die arithmetischen Operatoren. Das sind die Operatoren, die ihr quasi alle schon kennt und zwar plus minus mal geteilt. Das ist alles gar nicht so kompliziert, es gibt aber ein paar Besonderheiten, deswegen möchte ich euch ganz speziell auf die aufmerksam machen. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal an. Wir nehmen an, wir haben zwei Integer, ich nenne sie jetzt einfach mal x und y und sagen wir mal, sie sind beide irgendwie, keine Ahnung, 42 und 1337. So, jetzt habt ihr wahrscheinlich schon vermutet, ihr könnt die Dinge addieren, ihr könnt, ja, also ich zeige es euch gerade mal. In unserem Print zum Beispiel könnten wir jetzt hinschreiben, ich möchte jetzt x und y addieren. Ich kann das Ganze aber auch, wie wir mittlerweile wissen, in eine eigene Variable schreiben und das mache ich jetzt einfach mal hier rein. Und zwar int z ist gleich. So, und jetzt möchte ich irgendwas mit diesen beiden Zahlen machen. Zum Beispiel könnte ich sie addieren, also x plus y schreiben. Das wäre der erste arithmetische Operator, das ist der einfachste. Minus funktioniert logischerweise auch, aber ihr müsst beide Male darauf achten, dass ihr natürlich keinen Überlauf bekommt. Das habe ich euch aber alles schon erklärt, deswegen gehe ich jetzt da nicht weiter drauf ein. Mal funktioniert genauso. Und bei geteilt durch müsst ihr stark drauf aufpassen, dass y nicht 0 ist. Ansonsten wirft euch eure Programmiersprache entweder einen Fehler oder aber sie gibt euch sowas wie, also in den Integer z hier rein, sowas wie nhan, also not a number oder infinite oder sowas. Also irgendwas, mit dem ihr auf jeden Fall nicht mehr vernünftig arbeiten könnt. Das heißt, davor immer überprüfen, ob y 0 ist. Wie wir das machen, das werdet ihr in den kommenden Videos irgendwann erfahren. Okay. So, jetzt, das waren natürlich die vier Standarddinger, die jeder eigentlich kennt. Jetzt gibt es aber auch noch so Besonderheiten und zwar Exponent hat potenzieren. Okay. Das bedeutet, wir wollen x hoch y rechnen. Das brauchen wir tatsächlich häufiger, als es uns lieb ist eigentlich. Und zwar gibt es da zwei Schreibweisen im Normalfall. Entweder mal mal. Das bedeutet so viel wie x hoch y jetzt. Oder wir haben sowas hier. x hoch y. Manchmal ist das auch gar nicht in der Programmiersprache selbst drin. Dann müsst ihr das extern irgendwie aufrufen über sowas wie math.pow. Pow steht auch immer für potenzieren. Für was das W steht. Keine Ahnung. Genau. Und dann haben wir hier ein x,y drin. Warum das jetzt hier als Funktion geregelt ist und was es genau ist, werden wir uns alles noch angucken. Ich wollte euch nur die Schreibweise dazu zeigen. Das ist auch noch ein Operator, den kennt ihr höchstwahrscheinlich. Jetzt aber mal zu einem Operator oder zu einem arithmetischen Operator, den ihr so eigentlich noch wahrscheinlich nicht kanntet. Und zwar Modulo. Modulo wird eigentlich immer mit Prozent geschrieben. Also x, Prozent, y. Und dazu nehme ich jetzt hier mal leichtere Zahlen. Die muss ich euch nämlich wahrscheinlich komplett neu erklären. Äh, nicht 50, sondern einfach nur 5. Und jetzt nehmen wir hier mal 3. So, was bedeutet jetzt Modulo? Modulo heißt, ich dividiere. Aber ich möchte eine Ganzzahldivision durchführen und den Rest möchte ich in z reinschreiben. Jetzt erinnert ihr euch wahrscheinlich an die, keine Ahnung, dritte, vierte Klasse oder sowas, wo wir noch nicht mit irgendwelchen Kommazahlen dividiert haben, sondern wo wir noch gesagt haben, hey, das geht nicht ganz auf. Also habe ich einen Rest 5 oder sowas. Das braucht man extrem häufig. Wenn ihr irgendwie Grafikprogrammierung oder sowas macht bei Sprites, werdet ihr das sehr, sehr häufig brauchen. Das heißt, der Operator ist tatsächlich gar nicht mal so unnötig. Also man kann ihn wirklich häufig brauchen. Sprites sind jetzt nur das praktischste Beispiel, was mir gerade so einfällt. Und zwar nur zum Beispiel, wir haben jetzt hier 5 durch 3, durch 3. So, das ist jetzt 1, aber dann bleibt offensichtlich noch 2 übrig. Also Rest ist 2. Also steht nachher in z die 2 drin. Wenn ich jetzt hier 6 reinschreibe, dann habe ich keinen Rest, also Rest 0. Das heißt, ich habe in z 0 drin. Und jetzt fällt euch vielleicht was auf. In z können nur Zahlen von 0, 1 oder 2 drinstehen. Das heißt, Zahlen, die zwischen 0 und exklusive 3 liegen. Also von 0 bis 2. Mehr geht hier nicht in z rein. Das heißt, hier würde uns eigentlich sogar locker ein Byte reichen, weil 3 ist ja offensichtlich eine ziemlich kleine Zahl. Aber das nur so am Rande. Gut, also das heißt, wir haben hier die Division, beziehungsweise der Modulo. Heißt das auch korrekt? Und das ist die Division mit Rest. Also quasi den Rest da reinschreiben. Wenn ihr jetzt hier einfach dividiert, also sagen wir mal, ihr dividiert hier. 5 durch 3. Dann werdet ihr in z nicht irgendwas hinkriegen, wie zum Beispiel, Achtung, jetzt schreibe ich hier mal wieder die 2. Das ist ja offensichtlich 5 durch 3 ist 1, Rest 2. So müsst ihr eigentlich bei Integern immer denken. Es gibt einen Rest. Und theoretisch, wenn wir jetzt mal genau sein wollen, wäre das ja 1,666 ohne Rest. Das Problem ist, bei Integern wird der Kommateil immer abgeschnitten. Das heißt, wenn ich jetzt hier das in Integer reinschreibe, dann habe ich nicht hier 1,666 drinstehen, sondern einfach nur 1, weil der Kommateil wird nicht gerundet, sondern abgeschnitten. Sprich, ich habe hier meine 1 drin und wenn ich Modulo rechne, also mit Prozent, dann habe ich die 2 drinstehen. Und gemeinsam kann ich logischerweise wieder auf meine 5 zurückgreifen, wenn ich die 3 auch habe. Also ich kann quasi zurückrechnen, wie ganz normal auch. Nur halt nicht einfach nur über ein Mal, sondern ich muss am Ende auch noch den Modulo drauf addieren, sozusagen. Das heißt, ja, im Prinzip habe ich hier ein W, das ist dann X durch Y, was in unserem Fall 1 wäre. Und das hier ist 2. So, und jetzt weiß ich, mein Y ist 3 und ich möchte wieder auf X rauskommen. Das heißt, ich habe mein Int, das heißt, ich kann mein Y wieder berechnen, ja, mein X wieder berechnen, sorry. Mein X kann ich wieder berechnen, indem ich sage, hey, das hier war das geteilt durch, das heißt, das muss ich mal nehmen. Also sowas wie W mal Y und dann muss ich einfach noch mein Z drauf addieren, also plus Z. Und ihr seht es hier, 1 mal 3 plus 2 ist wieder 5. Also so kann man quasi wieder zurückrechnen. So würde jetzt der Modulo-Operator funktionieren. Okay, wenn man es genau nehmen möchte, dann rechnet ihr hier immer Modulo. Modulo und zwar Modulo, dem allergrößten Wert, der in euren Integer reinpasst. Das ist ja irgendwie spannend, oder? Also könnt ihr euch mal so durch den Kopf gehen lassen. Wir rechnen eigentlich nie in den unendlichen Zahlen, sondern immer in den Bereich von den möglichen Zahlen, die in den Integer von der Größe her reinpassen. Habe ich euch in dem Video dazu schon erklärt. Gut, jetzt noch ein paar Besonderheiten und zwar es gibt sogenannte Increments und Decrements. Die brauchen wir, wenn wir irgendwie in Schleifen sind. Und das ist einfach nur damit die, quasi eine leichtere Schreibweise, die uns das Ganze ein bisschen leichter machen soll. Und zwar, wenn wir hier sagen wollen, wir wollen in y wieder reinschreiben, also wir wollen dieselbe Variable verändern und irgendwas mit dem Wert der Variablen machen, dann schreiben wir eigentlich sowas wie plus gleich 1. Das bedeutet so viel wie in y wird jetzt derselbe Wert wieder reingeschrieben, aber plus um 1 erhöht. Also plus gleich 1 bedeutet, ich schreibe in y den Wert wieder rein und erhöhe ihn um 1. Also ist es im Prinzip dasselbe wie y plus 1. Das sieht jetzt ein bisschen verwirrend aus, weil wir hier denselben Wert drin haben, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Hier steht einfach der alte Wert, also die 3 steht hier dann und wir schreiben das Ganze, was wir hier berechnet haben, sprich 4, schreiben wir wieder in y rein. Und um das Ganze ein bisschen abzukürzen, schreibt man eben nur noch plus gleich 1. Man kann natürlich auch plus gleich irgendeine andere Zahl schreiben. geht genauso. Dasselbe geht natürlich auch mit Minus, mit Durch, mit Mal und mit Prozent geht es sogar auch, aber das braucht man eigentlich relativ selten. Gut, so und jetzt kann ich euch sogar noch sagen, es gibt noch eine verkürzte Schreibweise für plus gleich 1, was ja im Prinzip war y gleich y plus 1. Da gibt es meistens noch eine verkürzte Schreibweise und zwar plus plus. Also einfach plus plus. So, und Minus, Minus gibt es genauso. Also Minus, Minus bedeutet, ich erhöhe, ich erniedrige y um 1, sprich am Ende steht 2 in y drin, wenn es davor 3 war. Und wenn ich hier ein Plus, Plus stehen habe, dann steht später in y 4 drin, also quasi hier unten drunter ab Zeile 8 steht 4 in y drin und beziehungsweise sogar ab Zeile 7 steht schon 4 in y drin. Da wird es reingeschrieben dann und davor habe ich nur 3. So, jetzt noch eine ganz kurze weitere Schreibweise dazu und zwar werdet ihr manchmal diese Schreibweise finden, Plus, Plus, Y. Das ist jetzt ein bisschen komisch und zwar wir haben hier einen kleinen, aber feinen Unterschied, wenn die Plusse hinten stehen. Ich mache jetzt gerade mal ein Beispiel dazu und zwar, wenn wir hier uns eine neue Zahl definieren, zum Beispiel wieder unter z ist gleich, so und jetzt sagen wir hier y, Plus, Plus, Semikolon, dann ist in z nur der Wert 3 reingeschrieben. Das heißt ohne dieses Plus, Plus. Also es wird zuerst dieser Wert von y genommen und dann reingeschrieben, bevor y vergrößert wird. Das heißt z ist hier unten drunter, z ist 3, aber y wird trotzdem noch erhöht. Das heißt y ist 4. So, wenn ich jetzt aber das Ganze umdrehe und sage, jetzt benutze ich einfach mal hier x, ja, wir schreiben uns ein int w gleich Plus, Plus, X. Dann haben wir hier unten drunter, wir erhöhen x zuerst und dann schreiben wir es in w rein. Deswegen dieses Plus, Plus zuerst. Also wir erhöhen x und dann erst schreiben wir den Wert in w rein. Sprich x ist hier unten, x ist 6 und wir schreiben danach den Wert in w rein. Das heißt w ist auch 6. Okay, das ist der kleine, aber feine Unterschied. Das heißt hier wird zuerst reingeschrieben und danach erhöht und hier wird zuerst erhöht, also dieses Plus, Plus, X ausgeführt und danach die Variable w gesetzt. Ja, ich hoffe ihr habt das soweit verstanden. Das sind eigentlich relativ essentielle Sachen, abgesehen von diesem Plus, Plus und dem, also dem Unterschied. Das wissen viele gar nicht, aber es ist trotzdem wichtig, das eigentlich zu wissen. Gut, ja und das war es von meiner Seite wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr damit was anfangen könnt, dann dürft ihr es gerne teilen, liken oder mir Kommentare schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!